Dieser Volkswagen Passat steht hier zum Verkauf. Der silberne Kombi hat 5 Türen und bietet 5 Sitzplätze. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei weniger als 150.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Ende 2012. Der Kombi besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, Isofix, Kindersitzbefestigung, Panoramadach, Navigationssystem und vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 140 PS an Einschaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,7 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017